Hallo und guten Morgen. Ich freue mich heute auf diese Aufgabe, denn Bildschirmvideos mache ich ja schon relativ lange und ich liebe sie. Und daher freue ich mich heute auf dieses Video. Und ich habe mir folgendes überlegt. Ich gebe in diesem Video einen kurzen Überblick über fünf Programme, die ich gefunden habe, mit denen man ScreenCapture Videos aufnehmen kann. Und mein Ziel ist, eine Videoserie dann zu erstellen, eben mit diesen fünf Programmen, wo also pro Programm ein Video produziert wird und da das Programm halt näher erläutert wird. Ich habe das heute Morgen ergoogelt. Ich kannte bisher eigentlich auch nur Camtasia und Ying und war ganz erstaunt, dass es doch noch mehr gibt. Einige Software konnte man da nicht runterladen oder die führten zu unsicheren Seiten. Die habe ich dann besser rausgelassen. Aber wie gesagt, fünf kann ich euch zeigen. Und ich starte natürlich mit dem Zugpferd Camtasia. Das ist so das Programm, was man mit Bildschirmaufnahmen und Videobearbeitung verbindet. Und hier auf der Seite von Camtasia Studio kann man sich auch die Software gratis herunterladen. Man kann die 30 Tage testen. Man hat keine Einschränkung und nach den 30 Tagen wird halt einfach gesagt, so willst du die jetzt kaufen oder nicht. Danach funktioniert die Software nicht mehr und man muss erst einen Lizenzschlüssel eingeben. Camtasia ist nicht ganz günstig. Es ist also wirklich, aber wenn man, wenn man sagt, man wird also hunderte von Videos, Schulungsvideos aufnehmen, wo man das für braucht, man will die Videos entsprechend schneiden und bearbeiten, dann ist das wirklich das Tool der Wahl, sage ich einfach mal. Also das ist wirklich das Tool, mit dem man all das machen kann. Wie gesagt, ich koste glaube so rund 300 Euro, glaube ich, auf jeden Fall. Das müsste man dann investieren, aber dann hat man auch wirklich eine super gute Software mit allen Möglichkeiten. Wer jetzt aber erst mal starten will, der kann das Pendant dazu, Ying nutzen, ist auch von TechSmith, das gratis downloaden und damit Videos machen. Sind eingeschränkt auf 5 Minuten Videos und man kann die Videos nicht bearbeiten. Also man müsste, um die Videos zu bearbeiten, dann nochmal ein neues Programm haben, ein Schnittprogramm oder was auch immer. Aber um einfach nur mal diese Technik auszuprobieren und kurze kleine Erklärvideos zu drehen, dafür ist Ying sehr gut geeignet. Also das wäre so das zweite Tool, was ich dann vorstellen werde, ist Ying. Ich zeige das dann, wie man es downloadet, installiert und eben nutzt. Dann bin ich bei meiner Google-Suche auf ein weiteres Programm gestoßen, das Monavi heißt. Und die haben aktuell auch so eine Sommeraktion, wo die auch noch ihre verschiedenen Programme eben kostengünstiger anbieten. Und ich glaube hier mit dieser Videosuite, da hätte man also schon eine ganze Menge Features, die man da nutzen kann. Wie gesagt, ich erkläre das Programm dann noch näher in den Extra-Videos. Aber Monavi wäre eine sehr kostengünstige Lösung. Und ich schaue mir einfach mal an, was für Features das hat und was man damit machen kann. So, dann gibt es hier noch was auf dem englischen Markt. Tiny Take kannte ich auch nicht. Habe ich mir auch schon heruntergeladen. Und das ist also auch eine freie Video-Recording-Software. Und ich werde sie ausprobieren, werde sie testen und einfach mal gucken, ob das auch eventuell ein Pendant zu Ying wäre, weil es eben auch kostenlos zu nutzen ist. Schauen wir einfach mal, wer da jetzt ein bisschen Angst vor der englischen Sprache hat, der nutzt vielleicht dann besser was deutschsprachiges. Ich gucke es mir aber trotzdem an, weil ich ja immer auch auf Alternativen aus bin und nach Alternativen schaue. So, das Letzte, was ich vorstellen werde, ist ein Ding, das nennt sich Screen Recorder. Der ist kostenlos. Und den habe ich mir auch schon downgeloadet. Und den werde ich halt auch installieren und testen. Und das wird dann das letzte Video sein dafür. Und ja, dann habe ich praktisch fünf Tools, mit denen man seinen Bildschirm abfilmen kann. Und ich denke mal, in dieser Videoserie irgendwas ist dann für euch dabei, was ihr nutzen könnt. Kleine, kleines Programm noch am Rande. Selbst Adobe hat so etwas, ein Screen Capture. Allerdings muss man das in einem monatlichen Abo kaufen. Man kann es auch kostenlos testen, aber das Abo ist schon nicht ganz ohne. Also da kommen schon einige Euros zusammen, wenn man das ein ganzes Jahr nutzt. Muss man sich wirklich gut überlegen. Aber das wäre halt für alle Adobe-Fans vielleicht auch noch eine Alternative, sich das mal anzusehen. Aber das gucke ich mal, ob ich das noch mit in die Serie reinnehme oder nicht. So, das war mein Übersichtsvideo. Hat mir totalen Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt auf die Videoserie. Und dann schauen wir mal, welches Programm da am besten punkten kann. Also, bis bald, eure Irene. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020